Nummer 8, Technik Nummer 8, Motivkontrolltechnik. In der Einwandbehandlung kommt es hin und wieder vor, dass du geneigt bist zu glauben, jetzt packe ich meine wirkungsvollsten Techniken aus und dann werde ich den Kunden schon irgendwie dazu bewegen, dass er mit mir einen Termin abmacht oder in den Abschluss geht und du mit ihm gemeinsam ins Ziel gehen kannst, wie auch immer das Ziel geartet ist. Kaum ein Verkäufer stellt sich die Frage, ob es überhaupt gewünscht ist, Einwände auszuräumen, ob der Kunde grundsätzlich bereit ist, eine neue Ansicht einzunehmen, seine alten, ursprünglichen, teilweise auch einschränkenden Einstellungen gegen neue, alternative, zielführende, gewinnbringende Ansichten zu ändern. Wir trommeln dann oftmals auf Kunden herum, die sich dann natürlich zu Recht überrumpelt fühlen, vergewaltigt fühlen, nicht wertgeschätzt und übergangen. Das liegt in der Regel eben daran, dass es immer wieder Kunden gibt, die gar nicht die innere Bereitschaft besitzen, auch nur in Teilen umzudenken. Und wir ziehen dann oftmals falsche Rückschlüsse auf unser eigenes Verhalten oder auf andere Dinge, die es uns ermöglichen zu erklären, warum der Verkauf so schwierig ist. Ja, es gibt Kunden, da hilft selbst die beste Einwandbehandlungstechnik nicht. Doch welche Kunden sind das? Mit Technik 8 wirst du genau das herausfinden. Welche Kunden tatsächlich Veränderungsbereitschaft besitzen? Deshalb nenne ich diese Methode Motivkontrollfrage. Besteht überhaupt ein Motiv, das den Kunden antreibt, neue Einsichten zuzulassen, geschweige denn, sie später zu akzeptieren oder für möglich zu halten, geschweige denn, sie später überhaupt anzunehmen?